Nach nur einem Spot geht's weiter. Wertschätzung, Respekt und Aufmerksamkeit. Drei Begriffe, die bei uns im Klinikum Osnabrück nicht nur großgeschrieben, sondern vor allem auch gelebt werden. So entsteht ein Arbeitsumfeld, das zum Wachsen und Besserwerden einlädt und in dem alle wissen, dass sie und ihre Arbeit kostbar sind. Wie sich das im Klinikalltag äußert, erzählen Ihnen acht unserer Mitarbeitenden auf kostbar.klinikum-os.de. Moin Osnabrück, deine News für Stadt und Kreis. Guten Morgen und Moin nach Osnabrück und ins Umland. Wir starten in den Freitag. Heute ist der 1. Dezember. Ich bin Bastian Rabeneck und das sind unsere Themen. Spätestens mit dem Black Friday vor einer Woche bricht auch das Geschenke-Chaos aus. Was wünschen sich Kinder aus Osnabrück? Es geht weiter im Prozess um den Einbruch in der Wallenhorster Villa von Robin Schulz, allerdings mit dünner Beweislage. Da schneit es einmal und auf den Straßen wird es brenzlig. Lag auch daran, dass gestern der Winterdienst in Niedersachsen gestreikt hat. Dazu kommen wir gleich. So langsam startet in der Innenstadt das Durcheinander und ich merke auch schon das Herzrasen. Was schenkt man denn bloß in diesem Jahr seinen Liebsten zu Weihnachten? Bevor ihr jetzt aber völlig ratlos durch Osnabrück flitzt, haben wir für euch mal rumgefragt. Allerdings nur bei Kindern. Wenn ihr nach Geschenken für die Erwachsenen sucht, seid ihr leider auch weiterhin auf euch und eure eigene Kreativität gestellt. Bei einer kleinen Umfrage unserer Kinderredaktion Kiwi hat sich ergeben, Spiele für die Playstation 4 sind immer gern gesehen, vor allem wünschen sich die Kinder aber gar keine finanziellen Dinge, sondern gemeinsame Zeit mit der Familie, Frieden auf der Welt und ein Weg zu mehr Gerechtigkeit. Die neunjährige Lisanne würde sich sogar am liebsten ein Reiseticket in die Länder wünschen, in denen Krieg herrscht, damit sie da dazu auffordern kann, Frieden zu schließen. Ganz schön mutig. In diesem Jahr ist das beste Geschenk wohl doch generationenübergreifend eine friedliche Zeit miteinander. Apropos Frieden. Den hatte Robin Schulz, der Star-DJ aus Wallenhorst, vor vier Jahren nicht. Bei ihm wurde eingebrochen, als er gerade in den USA auf Tour war. Schon zum dritten Mal. Diesmal wurden Luxusgüter im Wert von 20.000 Euro gestohlen. Letztes Jahr im August wurde ein 31-jähriger Mann aus Georgsmarienhütte zu eineinhalb Jahren auf Bewährung verurteilt. Der ging dann in Berufung. Im März sollte eigentlich die Hauptverhandlung dieser Berufungsverhandlung stattfinden, aber dies nach einigen Verhandlungstagen plötzlich geplatzt. Weshalb ist weiterhin offen. Im kommenden Februar soll jetzt aber doch nochmal verhandelt werden. Hauptbeweismittel ist ein Schuhabdruck des Sneakers von Adidas und Kanye West. Und von dem hatte der Angeklagte ein Foto auf dem Handy. Mehr Beweise gibt es wohl nicht. Die Polizei hat vor vier Jahren aber auch nicht geprüft, ob der Abdruck nicht von einem Bewohner des Hauses stammen könnte. Warten wir mal also ab, wie im Februar entschieden wird. Da schneit es einmal und halb Niedersachsen geht unter. Ich bin am Mittwochabend von der Arbeit mit 50, 60 auf der Autobahn nach Hause geschlichen, damit nichts passiert. Es war nämlich echt glatt und man konnte bei dem Schnee keine zehn Meter weit schauen. In solchen Situationen ist natürlich auch direkt Alarm beim Winterdienst. Die Straßen müssen so schnell wie möglich geräumt werden, damit nichts passiert. Aber genau diese Lage hat die Straßenmeisterei genutzt und gestern einfach mal gestreikt. 1200 Personen bei 56 Straßenmeistereien, da kann schon mal ein Durcheinander auf den Straßen ausbrechen. Mein Kollege, Niedersachsen-Korrespondent Lars Laue, hat sich die Situation mal angesehen. Lars, ist denn alles ruhig geblieben? Ja, alles ruhig geblieben ist, glaube ich, zu viel gesagt. Es gab schon gesperrte Brücken, Verspätungen im Schülerverkehr, glatte Straßen. Ehrlicherweise muss man allerdings sagen, das ganz große Chaos ist ausgeblieben. Dennoch, in dieser Situation, beim ersten Wintereinbruch des Jahres, die Straßenmeistereien streiken zu lassen, halte ich für unverantwortlich. Das habe ich in meinem Kommentar auch so deutlich geschrieben. Wobei man da ja auch sagen muss, dass aus Sicht der Straßenmeister der Zeitpunkt ideal war für einen Streik. Es soll ja ein Bedarf vermittelt werden. Aber was ist denn überhaupt die Forderung? Ja, in dem Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes geht es immerhin um Gehälter für bundesweit rund 1,1 Millionen Angestellte. Dazu kämen dann noch Beamte, 1,4 Millionen, auf die das Ergebnis normalerweise auch übertragen wird. Und Verdi fordert für diese Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder immerhin 10,5 Prozent mehr Einkommen. Mindestens allerdings 500 Euro im Monat. Dann warten wir doch mal ab, wie es jetzt weitergeht und ob sich die Situation beim nächsten Schneefall wiederholt. Aber auch hier zeigt sich wieder, Vorbereitung ist alles. Einige Winterdienste haben zumindest im Raum Osnabrück vorsorglich schon am Mittwochabend gestreut. Dementsprechend ist es in Stadt und Landkreis auch ruhig geblieben. Bevor ihr jetzt zum nächsten Podcast switcht, will ich euch noch kurz auf etwas aufmerksam machen. Das hier ist die 33. Folge unseres News-Podcasts. Wir haben uns inzwischen in vielen Abläufen eingeruckelt und sind routinierter geworden. Aber wir wollen noch besser werden. Vielleicht ist euch ja auch schon was aufgefallen, was besser laufen könnte und auch sollte. Darum haben wir eine Umfrage vorbereitet. So können wir noch besser auf eure Wünsche und Vorstellungen eingehen. Den Link zur Umfrage findet ihr unter noz.de slash moinumfrage. Wir würden uns freuen, wenn ihr mitmacht und uns mal zurückmeldet, wie ihr den Podcast eigentlich findet. Ansonsten hören wir uns schon morgen wieder, da erscheint die neue Wochenendfolge. Unser Deep Dive zur aktuellen Lage der Atemwegserkrankungen in Osnabrück. Meine Kollegin Elena Werner hat mit der Osnabrücker Redakteurin Maike Baas unter anderem darüber gesprochen, ob es sinnvoll ist, wieder Maske zu tragen. Die Folge gibt's wie gewöhnlich morgen ab 5 Uhr bei Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcasts und natürlich in der NOZ Audiothek. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und denkt daran, heute ist der 1. Dezember. Ihr dürft euch über euren Adventskalender hermachen. Bis bald!